Mein Name ist Marco Friese von der Werbung GmbH. Wir sind ein Kieler Unternehmen und betreuen unsere Kunden natürlich deutschlandweit, aber der Fokus liegt auf natürlich den norddeutschen Markt. Wir bieten alles im digitalen Marketing an, sei es die AdWords-Betreuung, also die Betreuung der AdWords-Kampagnen, sei es die Erzeugung vom Wachstum einfach durch Traffic-Gewinnung oder die Conversion-Optimierung. Also wir haben ein breit gefächertes Repertoire an Dienstleistungen und sind damit in den letzten zehn Jahren sehr erfolgreich geworden. Also wir sind seit 2001 am Markt. Ja, also unser Einstellungsmerkmal sind vor allen Dingen unsere Mitarbeiter. Wir haben ein sehr innovatives Team. Jeder hängt sich sehr rein, um seine Kunden glücklich zu stellen und das führt dazu, dass man natürlich ganz anders an die Sachen herangeht. Wir betreuen vor allen Dingen Firmen im mittelständischen Bereich. Vor allen Dingen der gehobene Mittelstand interessiert uns sehr und da können wir einfach die besten Dienstleistungen anbieten, die es hier am Markt gibt und sind da unserer Konkurrenz immer einen Schritt voraus.